Frau Skaret, man kennt Sie ja hier in Mostviertel eher als Jazzsängerin, aber Sie haben einen sehr interessanten Beruf und aus meiner Sicht einen sehr wichtigen für die Menschen. Also neben meinem Beruf als Jazzsängerin bin ich auch diplomierte Gesangspädagogin und Kunsttherapeutin und wir haben eine selbst entwickelte Therapie für im Speziellen für Lungenkranke, im Speziellen für eine Erkrankung, die nennt sich COPD. In Österreich sind davon circa 800.000 Menschen betroffen. Das ist eine chronische Bronchitis, vereinfacht gesagt, auch dieser Raucherhusten vereinfacht gesagt und wir haben eine sehr wunderbare, wirkungsvolle, einfache Therapieform entwickelt. Sie haben dazu einen eigenen Verein gegründet und haben auch Institute, die in diesem Kreis mitarbeiten. Ich habe ein Institut gegründet, das heißt Institut für Kunst und Gesangstherapie und ausgehend von der Sonderkrankenanstalt der Pensionsversicherung in Weiher, habe ich begonnen eben Gruppen in Wien zu installieren, in der österreichischen Lungenunion und demnächst auch in der Therme WienMed in Oberlau, auch in St. Pölten, mit der Selbsthilfegruppe LOT für Langzeitsauerstofftherapie. Dieses Institut ist das Dach für viele Gruppen und unter anderem soll es jetzt auch in Amstetten beginnen. Können Sie uns vielleicht in kurzen Zügen erklären, wie so eine Therapie abläuft? Es klingt sehr interessant, Gesangstherapie in Verbindung mit Problemen mit der Lunge. Es läuft in folgender Art und Weise ab, nämlich wir machen Atemübungen, Atemübungen, die auch Sängerinnen und Sänger machen müssen, damit sie gut mit der Stimme umgehen können, gut mit der Luft auskommen können, in Kombination auch mit Atemphysiotherapeutischen Übungen, eben damit Personen, die Atemnot kennen, sich möglichst gut auskennen mit dem Atemapparat, mit der Anatomie und auch damit, was man gegen Atemnot machen kann und wie man sich vor allem selbst am besten helfen kann. Und die Therapie beinhaltet neben den Atemübungen auch Mobilisationsübungen für den Brustkorb, für die gesamte Atemmuskulatur. Und dann wird es immer besonders lustig bei den Stimmübungen und bei den eben Gesangsübungen und bei dem Singen von Liedern. Ja und wenn ich mich jetzt im Raum Mostviertel informieren möchte, habe ich da eine Möglichkeit? Ja, am Montag, den 18. April um 18 Uhr im Gasthaus Sandhofer wird es dazu einen Vortrag geben und einen Infoabend von Dr. Alexander Huber, Lungenfacharzt aus Amstetten und von mir. Wir werden darüber informieren. In Amstetten beginnt dann ab Mai in der Gemeinschaftspraxis Dr. Huber und Dr. Zwittag eine Therapiegruppe dazu.